Jo, meine Leute, willkommen zum 13. Spieltag der dritten Liga-Saison 2022-23 Predictions. Los geht's, alle Spieler live bei Magenta Sport. Heute um 19.00 Uhr FSV Specker gewinnt gegen FC Freiburg 2 mit 3 zu 1. Dann morgen um 14.00 Uhr SV Meppen unterliegt Borussia Dortmund 2 zu 3. SV Waldhof Mannheim gewinnt gegen Rot-Weiß Essen 2 zu 1. Dann MSV Duisburg und FC Viktoria Köln trennen sich 2 zu 2. Unentschieden, TSV 18,60 München unterliegt SV WM Wiesbaden 2 zu 4. Dann SV Elversberg verliert gegen VfL Osnabrücken mit 4 zu 6. Dynamo Dresden gewinnt gegen 1. FC Saarbrücken mit 3 zu 2. Dann übermorgen um 13.00 Uhr VfB Oldenburg schlägt FC Ingolstadt 04 mit 5 zu 3. Dann um 14.00 Uhr SC Pferl gewinnt gegen Erzgebirge Auer 3 zu 1. Und Montag um 19.30 Uhr, ähm Montag um 19.00 Uhr Hallesche AFC gewinnt gegen Spielverlingung Bayreuth mit 1 zu 0. So, das war's vom 13. Spieltag der dritten Liga Saison 20, 29, 23, 23 Positions. So, wenn ihr das wieder gefallen habt, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo, dann nehmt ihr das Glöckchen. Das nicht vergessen sollt ihr gehen, dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis denne. Gut, kick, ciao. So, let me know if you gave up hope, do I leave you alone, do I leave you alone? So, let me know if you gave up hope, I need 10 more minutes, 10 more minutes with you, 10 more minutes, 10 more minutes.